Norddeutscher Rundfunk 2021 Ciao! Wie geht es bei der Partide? So! Er hat auch neuf, Meschkis von seinem Prinz ein Dio Pinade des Pischtes. Fürsse, wenn du siehst, wie du siehst, wie du. Aber ich wünsche dir, dass du mit dem Pischt ein Guder in einer Masser-Lavur. Für uns, wenn du siehst, Arver in Territorie des Schis drogst du eine in die andere Maschine ein Natural-Mann-Erleut das die Piste in der Tockei-Odentur. Der Territorie des Schis Savonin wurde in der Batterie als Kommandarte-Technik responsablos für die ganze Kartege punktuell, wenn die Abertura gründet am 22. Dezember. in der Tockei-Odentur mit der Revision, die Schlepplifte, natürlich, die Bögel zum Montos. Ich bin auch in der Tockei-Odentur und habe die Kollegen der Kurdin einen Geste wieder montiert. mit einem Schleppliften und der Tockei-Odentur nicht! Bei den Schlepplisten und der Bögel drehen aus dem Schlepplitz. der Vater-Lavur muss der Böge an ihrer Saal wissen, wann sie schreiten die Bausentur nicht! Wollt ihr so sein Kinders Kilos? Wollt ihr? 30. 30? Ok, also 30 Kilos. Und in der Maschine der Piste, werden wir mit dem nächsten Labor. In der Piste sind wir mit dem Motiv an. Es gibt einen Artifizial, ein Resort, die Neve des Uranschens des Petrus und die Steniereränen. Die Piste haben die Piste und die Piste auf dem Motiv an. Die Piste haben die Reise. Sie haben die Reise. Wir haben eine Masse Fisch, mit einem Meter Ort, ein bisschen Ranz, und die Pläne polscht, mit einem Meter Sitzkanungs, mit einem Masch, mit einer Plante oder einem Tapeck, für die Sicherheit. Es ist natürlich natural. Es ist sehr einfach. Es gibt ein anderes Malet, mit einem Material, für die Pläne. Die Ideale sind natürliche, Nein, in der Natur, sondern in der Wind, die die Russen sind zu alt. Okay, neue Pistas sind in der Ruhungalb ohne Laufur. Aber, weil die Jautwen ins Sommers in der Piste drohen wir uns an den Gondeln, die transportieren uns ein Snowboarder zu sein. In welchen Gondeln stehen die Gondeln über Gondeln? Die Stadion ist in der Nähe von 30 Gondeln in der Stadion. Die Stadion ist in der Nähe von allen. Die Gondeln ist in der Garage für die Maschinen der Piste. Wir sind in Pinau und im Platzau. Wenn die Maschine blockiert, die Wind blockiert, die Wind blockiert, die die Wind blockiert, die die Wind blockiert. Die Wind blockiert. Die Dich wurde in der Nähe von den Pistole. Sie wurde vor allem die Zürich vorbereitet. Sie wurde in der Nähe von den Pfippen geöffnet. Wir haben die Läufer für die Zürich. Sie wurde in der Nähe von den Dich. Die Dich wurde geöffnet. Sie wurde in der Nähe von der Läufer. Wir müssen die Revisionen, wenn sie die neue Stadion nicht wiederholfen oder wenn sie die Minderung nicht wiederholfen. Wenn sie die Stadion nicht wiederholfen. Pia, eine Masse-Lavur, für welche Idee sie in der Stadion sind auf der Stadion. Was ist gerade der neuen Stadion? Nicht gut? Wir sind in Ostenton, gut in der Südkirche, aber in der Kapitale der Schweiz, in der Schweiz, in Berna und in der Kase Federale. Läu wurde in einem Moment im Kampf gegen die Prinsette und der Kusei Federal. Dann wurde die Chefs und die Chefs der Schweiz. Aber wo sind die Kusei Federal? Wo sind die Kusei Federal? Die Tiaras hat nur einen Chef, nicht einen Chef. Sevent, sie hat einen Präsident nicht einen Präsidenten. In der Schweiz hat eine Gruppe von 60 Personen. Der Kusei Federal. Jeder Kusei Federal oder jede Kusei Federal ist die Kusein und die Kusein für eine bestimmte Ursache. Daher ist die Kusein für die Finanze, für die Städte. Daher ist die Ökonomie, für die Beschrutierung, für die Schule. Daher ist die Kusein. Daher ist die Kusein. Daher ist die Kusein. Daher ist die Kusein. Aber in der Schweiz ist das Kusein. Daher ist die Kusein. Daher ist die Kusein. die Kusein decides, wenn sie die Kusein der Kusein Denn die Kusein entscheiden sich nicht das Kusein, das ist die Kusein. in der Bundesrepublik. In bestimmten Fall sind wir in Schweizer, also in allen Kurschern, und auch in der Schweiz, dass sie direkt nach dem Setz gewonnen werden. Immerhin, die Bundesrepublik entscheiden können, um die wichtigsten Politikerinnen unserer Welt zu machen. Deshalb wollen wir auch wissen, dass sie nicht mehr als Bundesrepublik oder als neue Bundesrepublik werden. Und exakt für jetzt wird die nächste Messe, am 13. Dezember. Sie sind die Qualität der Kurschernsfederale an dem, die die WMV gewonnen haben. Sie und sie stehen alle in die Region hinein, damit sie sich als nächstes Quattro an der Kurschernsfederale stehen. In der Deltz, Alain Berset, haben sie dort einen guten Mietz an dem, die die WMV an der Kurschernsfederale Allein Berset, gibt es alle zwei Menschen der Kurschernfederale. Dose dann finden sie die Kurschernfederale. Aber wie funktioniert genau die elezion die die der Kurschernfederale? die Sagenfederale? Er hat sich kennen sie so. Sie haben die politik in der Kurschernsfederale. Aber ... die decide die nach der der Bundesrepublik ist. Ich erkläre es heute. Wer ist ein Kandidat? Viele Schweizerer haben die Votaten für die Kandidaten und sie nicht haben sie eine Politik. Die Kandidaten haben sich die Kandidaten, die für die Kandidaten die Kandidaten in der Kandidaten Das war der Partitum Sozialdemokratisch, der Dallin-Berse, der Kala, Er hat zwei Kandidaten für Seussetz gegeben. Er hat einen Beatzjans in Jan Pult. Spezial für uns, Jan Pult in Grisun und auch in Ramon, die sich sehr gut fühlen. Sie haben den eigenen Zeitpunkt geplant. Sie haben sich vor allen Dingen auf die Masse der Munde, von Journalisten zu Journalisten. Ich hoffe, sie haben einen zweiten Kandidaten gegeben, Gerhard André des Verts. Er ist einfach für den Seussetz. Das Wohl, wenn er einen Kommissar von Dius im anderen Konseiwerk und in anderen Konseiwerk in der ganzen Konseiwerk Fäderal, dann ist er auch nicht einfach so. Die Beziehung hat einen neuen Wunsch. Nichts mehr, der Konseiwerk die Konseiwerk betreft das Konseiwerk in allen Regionen, in allen Ländern und allen großen Partien der Schweiz. Sie entdecken den Konseiwerk? Für die Elegung der neuen Konseigneur, die Konseigneur der FEDERALS, sind die Politiker der Konseigneur der FEDERAL. Dann sind es 200 Mitglieder der Konseigneur, und 46 Mitglieder der Konseigneur des Kantons. Die Assemblea FEDERALS ist am Herzen, 246 Personen, die in der Sala sind. Was ist die Elegung? Die Elegung ist ein Secret, ein Secret, weil es nicht die Elegung wissen, dass die Autos auf dem Zettel schreibt. Die Elegung ist eine Person mit der absoluten Mehrheit. Das bedeutet, dass sie die Mehrheit der Tag der Tag der Tag. Um zu erklären, machen Sie ein Beispiel. Wenn alle 246 Personen im Lau und die Elegung finden die Mehrheit, die Elegung brauchen 123 Monate plus INNA, dann auch andere 24 Personen, wie sie sich nicht erledigen werden können. Seien Sie die Elegung dabei werden, wo Sie die Elegung abgeben werden können. Diese Leute erhalten auch irgendeine Elegung. So sind Sie die Elegung, keine Elegung abgeben zu können? So sind Sie die Elegung, sehr gerne in der Elegung, so sind Sie die Elegung und hier? Tschüss! Bis zum nächsten Mal.